Oh, zu spät, immer wieder das Handy aus, na super. Ich glaub's ja wohl nicht, aber... Oh Gott, ich erschieß mich. Oh, hör zu, ich war gerade auf dem Weg hier... Hey, hey, hey! Wenn deine Ausrede das Wort Martin enthält, dann schmeiß ich dir dieses Buch an den Kopf. Und das ist Erich Fromm, die Kunst des Liebens. Also pass auf, was du sagst, ja? Ähm, ja, also, ähm... Just thinking. Wollt, wollt. Okay, I think I have to say sorry for what happened. I'm sorry. I don't believe you. Come on. Out front is our housewarming party. Your party. Komm, ich nehme dir was ab. Na, deine Klausur machen bestimmt auch gut. Dann hast du einen Top-Examen. Hochwasser, Entwurt. Das lasse ich Ihnen nicht vorenthalten. Oh. Schlimm, du hast ihn doch dran gedacht, Herr. So ein Handikationer nicht spurlos abwickeln. Wir brauchen Beweise. Wo sollen wir die finden? In Hackfords Büro, natürlich. Das ist ein Handikationer nicht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020